Wir haben jetzt unser letztes Training gehabt, Friday Practice. Das sind eigentlich nur Walkthroughs. Wir haben noch mal Offense, Defense, alle Plays besprochen und Special Teams sind wir durchgegangen. Jetzt steigen wir in einer halben Stunde in den Bus ein, haben noch Snacks eingekauft. Dann fahren wir nach Frankfurt, schlafen wir in Frankfurt und dann geht's morgen nach Köln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Los geht's! Let's go D! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go D! Let's go D! Let's go D! Ja, heute haben wir leider in der ersten Halbzeit vor allem zu viele Fehler gemacht. Wir haben mit zu vielen Fehlern angefangen und uns ein bisschen selbst ins Bein geschossen sozusagen. In der zweiten Halbzeit kann man zufrieden sein mit. Ich bin eigentlich vollständig zufrieden. Und dann am Ende müssen wir diese Close Games einfach gewinnen. Die ELF zeigt, dass es eine Balanced League ist. Und jetzt haben wir das erste Mal seit langem gegen ein deutsches Team mit voller Härte, mit Ausgeglichenheit gespielt. Und ja, waren jetzt knapp dran, aber es hat immer noch nicht gereicht. Und wir werden jetzt zurückgehen müssen und härter arbeiten und stärker zurückkommen. Und schauen, dass wir einfach ein Vor-Chorror-Game hinkriegen, ohne dass wir zu viele Fehler machen. Aufenthal gerne, gerne. rated und rein되는. Aufenthal gerne. Aufenthal, Gruppe. Aufenthal, Gruppe. Aufenthal. Aufenthal, Gruppe. Aufenthal, Gruppe. Aufenthal.